Ich wollte gerade sagen, Alter, kipp doch mal um, du Untermensch. Jo, meine Kartoffel-Freunde, willkommen zu einer Folge Battlefield 1. Ich weiß, das kam noch gar nicht auf meinem Kanal. Allgemein Battlefield, glaube ich, kam noch nie auf meinem Kanal. Aber ich habe mir gedacht, das Spiel bringt mir in letzter Zeit unfassbar viel Spaß und warum euch nicht auch teilhaben lassen. Ja, ich spiele auf der Karte, ich weiß es nicht, das ist die neue Map. Und ich glaube, Schatten der Vergangenheit irgendwie so heißt die Map. Okay, ich sage A, nicht B, A. Okay. Teamplay, please. Trupp. Stumm, stumm, stumm. So, den einen habe ich jetzt nicht stumm gestellt, aber egal. Ich spiele den Sturmsoldaten aus dem simplen Grund, dass ich gerne den Sturmsoldaten auf Level 10 haben möchte. Den Modus Vorherrschaft ist mit Herrschaft in Call of Duty zu vergleichen. Ist ein relativ schnelles Spielmodus. Kurze, knappe, knackige Runden mit drei Flangen, die gehalten werden müssen. Die auf der Map, weil er die ein bisschen kleiner ist, braucht man 150 Tickets. Ansonsten braucht man generell 100 Tickets, um den Gegner zu besiegen. Ja, Tickets erhält man, indem man mindestens eine Flagge erhält, maximal drei. Ähm, das heißt, natürlich, wenn du zwei hältst und der Gegner hält eine, kriegst du weniger, oder langsamer, eher gesagt, langsamer Punkte als andersrum. Ähm, ich glaube Battlefield ist den meisten hier ein Begriff. Ähm, ist halt ein sehr, ein recht lang, ich sag mal, Shooter im Gegensatz zu Call of Duty oder so. Aber auf Vorherrschaft merkt man eigentlich keinen großen Unterschied. Nur, dass das lästige Jetpack halt wegfällt und man keine, 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 keine Killstreaks hat. Tja, Battlefield spiele ich eigentlich schon seit Bad Company 1 auf der Playstation 3. Liegt der noch hier unten? Tatsächlich. Ich wollte gerade sagen, Alter, kipp doch mal um, du Untermensch. Äh, das Einzige, was ich am Battlefield 1 so ein bisschen schade finde, also erstmal, gebt euch mal die Optik. Ohne Witz. Ist halt ultra sickle. Also die Grafik ist echt so hammergeil. Also da kann ich nicht genug von kriegen. Ich spiele auch normalerweise gerne auf 2K-Auflösung, beziehungsweise dedizierte 2K-Auflösung. Kann ich aber leider nicht, weil ich, oder native 2K-Auflösung, so. Entschuldigung. Ähm, weil das mit meinem Prozessor und dem Aufnehmen dann nicht klappt. Aber ich glaube in 1080p, da ich das Video eh in 1080p rendere, ist das alles kein Problem. Ich sehe gerade auf dem zweiten Bildschirm, es ist Zucker. Äh, mit Kuh kann man immer ein bisschen die Gegner spotten. Also nicht wundern, wenn ich, äh, wenn ich mal ein bisschen eine Taste spammel. Ich glaube, das ist doch mal die Wachsoldat-Kids. Das sind, ähm, ja, so Juggernaut-ähnliche, äh, ja, Kids, die man aufnehmen kann. Da kriegt man eine besondere Waffe und ist besonders gerüstet. Und hat dadurch dann die Möglichkeit, den Gegnern nochmal mehr zu schaden. Äh, die einzige Schwachstelle von diesen Kids ist, ähm, Messern. Messern fickt einen komplett. Also ist man instant weg. Schüsse kann man eigentlich ordentlich aushalten. Ja, es gibt verschiedene Waffen. Es gibt einmal den Flammenwerfer. Es gibt das MP, äh, die Maschinenpistole, die ich hier gerade habe. Mit der man einfach drauf bootzt und ultra viel Damage macht. Und dann gibt es noch eine Minigun, mit der man einfach dauerhaft draufhalten kann, solange es halt geht. Und die macht auch ordentlich Damage. Digga, wir verlieren schon wieder B. Doch nicht. Mit der man auch ultra, äh, Damage macht. Aber noch nicht so viel wie mit der MP. Ja, unser... Ihr seht gerade, wie schnell der Typ umgekippt ist. Das Nervige ist halt nur, ich habe keine Secondary. Und die MP macht zwar ordentlich Damage. Aber man lädt dafür recht oft nach. Und recht viel auch. Also 26, 25 Schuss reichen für einen Gegner. Maximal zwei Gegner, wenn die schnell, äh, oder wenn die direkt hintereinander sind. Battlefield 1 ist meiner Meinung nach auch das erfolgreichste Spiel des letzten Jahres gewesen. Es gab kein Spiel, auf das ich mich mehr gefreut habe als auf Battlefield. Na, du Wichser? Just Bad Karma? Ja, hattest du gerade. Was hast du denn angestellt, mein Freund? Da hat mich aber noch einer abgeschossen von da irgendwo. Ja, das Video werdet ihr dann, ähm... Ähm... Wenn ich heute ist Mittwoch, dann ist er Freitag, werdet ihr das Video sehen. Und ich wurde befördert. Level up. Ja, ich bin Level 37. Das heißt, ich habe auch schon ein paar Runden gespielt. Nur... Ich habe in letzter Zeit, kam ich halt sehr wenig dazu, Battlefield 1 zu spielen. Deswegen erst 37. Aber wie ich eben ja schon gesagt habe, würde ich ja gerne auch den... Support, der ist für Munition und Gegner Unterdrückung. Das heißt, wenn man auf Gegner schießt, aber sie nicht unbedingt trifft. Die haben meistens so Miniguns. Und dann... Der Sturmsoldat ist klassisch... Klassischer... Ach, nee. Ich guck auf Medic Callen. Ach, jetzt hat er mir Medic gegeben. Perfekt. Digga von wo? Du kleine Mistgeburt, Alter. Klappt er da in der Ecke? Toll, da wurde ich gerade geheilt und dann kommt er um die Ecke. Oder beziehungsweise liegt er da rum. Da rennen ein paar A zu A. Schnell mal rüber. Also man sieht auch, wir sind hier wirklich weit, weit vor den Gegnern. Die Gegner sind nicht so das Gelbe vom Ei. Wer Lust hat, gerne mal mit mir zu spielen, kann... Äh... Wer Lust hat, mit mir zu spielen, kann dies gerne tun. Auf meinem Livestream spiele ich öfter auch mal Battlefield 1. Da könnt ihr gerne mal vorbeigucken. Da mache ich auch öfter mal Viewer Games. Da gibt es auch Battlefield Counter-Track, Rainbow Six, Rocket League, Hearthstone. Da gibt es eigentlich alles, was das Gamerherz begehrt. Von A bis Z. Also wenn ihr da mal Lust habt, vorbeizuschauen, könnt ihr das gerne tun. Das steht... Oder die Beschreibung... Alles unten ist in der Beschreibung. Twitter, Facebook. Perfekt. Ne? Optimal für euch. Digga, ich denke die ganze Zeit, die kommen Swarm vielleicht mal woanders, die Gegner. Aber... Die bewegen sich ja keinen Zentimeter. Ah, der ist schon down. Gut, C gehört uns auch jetzt. Und jetzt sind sie bei A gespawnt. Wow, jetzt wechseln die Spawns. Hier kommt einer von links. Da hinten. Aber ihr seht schon, auf Distanz ist die Waffe jetzt nicht so das Gelbe vom Ei. Danke. Ja, ich habe auch keine Secondary, irgendwie eine Pistole, mit der ich mal schnell irgendwie eingreifen könnte oder so. Das ist derbe Kacke. Wenn ich nachladen muss, muss ich nachladen. Ich habe auch nur eine Granate. Der Flammenwerfer, dieses Flammenwerfer-Wachkid hat zum Beispiel insgesamt, ich glaube, sechs Flammengranaten oder Feuergranaten. Die tun dann schon richtig weh. Besonders man kann sie zwar nicht alle hintereinander wegwerfen und spammen. Da ist so eine Sperre drin. Das heißt, du musst warten, wenn du eine geworfen hast. Aber es tut schon richtig weh. Wenn ihr gerne auch wollt, dass ich mal andere Spielmodis spiele, könnt ihr das auch gerne in die Kommentare schreiben. Falls ihr auch demnächst wieder ein bisschen mehr Battlefield 1 sehen wollt, könnt ihr das auch gerne in die... Einmal gerne das Däumchen nach oben hauen. Und damit weiß ich direkt Bescheid, wie das Ganze aussieht. Ja, das war jetzt gerade Buggy, weil ich die durch die Wand gesehen habe. Und Munition gibt es auch wieder. Aber... Wird weniger. Uns fehlen jetzt noch vier Tickets zum Sieg. Guck mal, die Gegner haben gerade mal 42. Wir haben auch sehr, sehr lange alle drei Spots gehalten. Digga. Ja. Easy. Jetzt gucken wir uns noch kurz die Stats an und dann verabschiede ich mich auch schon von euch. 9.000 Punkte in einem... Hier, 9 Minuten 22 in die Runde. In einer Schwede, in einem Vorherrschaftsmatch. 9.000 Punkte zu haben, ist schon... Unter den Top 5 sind wir... Also, unter den Highlights sind wir jetzt leider nicht. Mal gucken, ob wir ein Battlepack kriegen. Dann können wir das nämlich auch gleich noch aufmachen. Wir kriegen sogar ein Battlepack. Jetzt gucken wir uns noch mal die Stats an. Unser Trupp hat die meisten Flaggen verteidigt. Das sieht man immer daran. Und ich bin Level Up. Das haben wir eben gesehen. Und habe 16 zu 1. Bin ich sogar gerade mal recht stolz drauf. Das Lacher war in dem Moment auch nur wirklich an der Elite-Klasse. Die haben mich halt nicht tot gekriegt. Ich mache jetzt noch das Battlepack auf und dann sehen wir uns auf jeden Fall übermorgen wieder. Und für euch gibt es leider nur einen normalen Skin. Tut mir leid. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Schönen Start ins Wochenende. Wir sehen uns Sonntag. Und tschüss.